hallo und willkommen zurück zu let's play megaman battle network 3 blau kuchenfressetition kuchenfressetition meine herren du wirst mir wahrscheinlich nicht glauben aber ich habe ein paar harmlose viren eingesammelt sie sind süß aber ich kann sie nicht halten ich kann sie nicht behalten wenn ihr sie wollt da kommt zu sein ab 2 da wird ein test sein um zu sehen ob ihr sie richtig aufziehen könnt und wenn wir sie besiegt sein ab 2 wie komme ich jetzt am besten zu sein ab 2 geh ich in den Labor knenkst dich ein und geh ich gute idee also dumme fragen kannst du schon immer stellen ja darum bin ich ziemlich gut deswegen lassen sich die lehrer die klassen überspringen so was haben wir ja panel grab so ha 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 gegner 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 so double so will ich das da will kuchen der wär auch gut weißt du ein kumpel von mir hat den spitzenamen weg ist das doch fett oder was so ein problem werde ich nie haben ich kann essen was ich möchte ich bleib schlank bis zum scheiß auf und über den körper tauschen nö jetzt sagt papa der ärgert mich so und das musst du akzeptieren ich habe auf dich gewartet nun möchtest du ein virus aufziehen um ehrlich zu sein ich hasse es meine kleinen gehen zu lassen aber ich bin nicht besonders gut im jagen der viren und kann somit kein futter für die auftreiben sehr gut nun ja das stimmt sie essen bugfrags und davon hast du nicht mehr viele so ich kann nicht einfach irgendjemand meine viren überlassen so gib mir 50 bugfrags als beweis deiner du musstest unbedingt 90 bugfrags ausgeben andererseits ich kann meine kleinen einfach nicht übergeben nein vergiss es ja ich brauch 50 und hab 9 viel fucking spaß ja das wird schnell gehen ja ja äh wetten dürfen abgeschlossen werden eine folge zwei drei ihr entscheidet du könnt es gerne in die Kommentare schreiben das würde mich gerne brennt interessieren ja mich auch also abbring also nix spoilern hier ansonsten hau ich euch alle aufm arsch haha und zwar mit erdbeeren das zählt nicht gut also ich brauch unbedingt ein paar mit tools weil die kann man am besten kontern so mal sehen sind das me tools nein das ist ne ratte wenn du glück kannst dann konterst du sie he scheiße zu früh oh ich hab die ratte gekontert naja gut wenigstens ein buttfuck so so fehlen nur noch 40 ich hätte mir mehr Kuchen besorgen sollen so gut so gut so schade doch keinen Kuchen keine Erdbeeren mag ich ja Kuchen ist klasse aaaah haha haha okay hallo ich konnte dich doch verdammt nochmal warum zählt das nicht nein du weißt schon was konter eigentlich bedeutet oder ja angreifen wenn er angreifen will eben wenn er angreifen will ja so hier so das war Nummer 1 so wieder ein buttfuck okay okay wir machen es anders Freunde ich melde mich wieder wenn ich oh man jetzt zu sagen nein nein ich hab schon Bettner als Ding abgeschließen lassen okay okay du so kommst du als kommst du mir nicht davon hätt ja klappen können mhm du bist es so was kriegen eigentlich die Gewinner dann die kriegen einen Schlag mehr als sonst sehr großflügig ich weiß sehr großflügig ich hab grad ne Erdbeere du hast oh Gott nein ich hab sogar noch ne Erdbeere oh Gott oh ja solange wie du es dann nicht auf deine Nüppel machst das ja ne ausnahmsweise mal hab ich mein Hemd noch an das vermisst das vermisst das vermisst das war gut ein Buttfuck das wird schnell gehen sagte er äh 12 11 gut dann nochmal 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 äh musstest du auch unbedingt zum Buttfuck Wackhandler und 90 ausgeben ja den chip den ich immer benutzt ha ha buttfuck ja sogar 13 langsam aber sicher kommt es hoch was deine erdbeeren na ja das ist natürlich jetzt sehr schön gut das war scheiße so biste man ne gut ein buttfuck schade hätten drei werden können so weiter im text also das ist unten ok gut ui ja heilen wir vielleicht auch mal nicht schlecht ok das war nix 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 so lass mal heilen hallo aha das war aber sowas von sowas von nicht getroffen ja ich denke auch ha double delete und ein buttfuck ist zwei draus machen können ich weiß drei ja zwei kann man daraus nicht machen nur drei ok buttfucks bei den späteren mega battle network teilen wird etwas blöder sagen wir es so warum hat das nicht gezählt aha das hat aber gezählt so 250 cennys und ein buttfuck so kann ich wenigstens noch nebenbei geld farmen haha so was haben wir denn noch wie viel haben wir denn noch wie viel haben wir denn überhaupt 16 japp japp oh zählen doch erst mal seinem anreiz wenn er anchargen möchte dann zählt wer schon mitten im charge ist dann kann dann ist nicht mehr viel zum kontern gut das war bei manchen teilen ist es so bei anderen so das ist ziemlich blöd nein ist es nicht du denkst einfach immer dass wir anders aber das timing limit ist einfach nur ziemlich gering weil es ja ein konter ist auch noch psychologisch werden ich sag nur wie es ist ja sigmund ja steuer zählt das noch ja das zählt ist gut ja natürlich bin ich gut ja weil er ja schon abgeschossen hat er muss ja abschießen sonst kann ich ihn ja nicht treffen das ist halt so wenn er loslässt dann könntest du versuchen und bei ihm ist es halt so bei dem boomerang ist es halt so solange es in seinem angriffsbereich ist also ein stück vor ihm der boomerang zählt noch als konter das heißt du musst einen durchbrechenden schütt wird dann benutzen bei ihm ich glaube bei dem fisch ist es am einfachsten wenn ich sie ja kriege natürlich weil die direkt zu rasen sobald sie auf deine ebene kommen ich werde keine chips nehmen ok nein zu früh komm her nein 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 es hat nicht gezählt du musst konter töten wie konter töten reicht nicht einfach so zu kontern es muss du musst sie bei dem konter töten nene nene doch 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 nene doch doch nein doch natürlich ich krieg auch so kann auch das jemals anders gemacht hätten naja das ist nämlich auch in späteren teilen so man muss nicht töten um zu kontern ja aber in dem teil ist es so dass man töten muss wenn man nein doch also wir haben jetzt ein fischkopf ja so so okay das war tot oh gott wir haben ja noch einen pflegefall hier okay ich hasse es wenn der keller recht hat ja ja es hat dreimal geklingelt wir kriegen 8 bark frags habe ich schon erwartet das geht schön kumulativ als maul so jetzt habe ich es raus freunde jetzt zeige ich euch woher hat der Hase weht oh ja ja macht das ja der Hase weht bei dir tut er es mit Sicherheit so eins okay das war nischt na das jup das hat noch gezählt gibt's drei genau so ja können sich vielleicht doch noch in dem part ausgehen hätte ich das mit dem kontaktär gewusst dann hätte ich natürlich es war offensichtlich ja ich sehe sowas nicht ja weil du scheiße bist ja gut das hätte er eigentlich als konter gezählt wenn es so gewesen wäre wie ich es dachte aber nein gut das war das war ach hör auf ein buttfuck gut machen wir weiter der Taro sagt noch dreieinhalb minuten was haben wir denn Ratatouille und nochmal Ratatouille Ratat-Chicken da Ratat-Bum das heißt diejenigen die zwei Folgen getippt haben sind wahrscheinlich gar nicht mehr so schlecht dran die haben dann die Wette gewonnen ja kann durchaus sein aber richtig gewonnen haben die die anderthalb folgen gesagt haben stimmt weil ich werde ja nicht die kriegt dann den hauptpreis scheiße die sehen ja noch das video wahrscheinlich cheaten alle und sagen so ein und halber ich hab's gewusst du ach ich bin doch so ein Depp ja bist du ich kann doch mit meinem aufgeladenen Schuss jetzt die Verteidigung von dem durchbrechen das stimmt kriege ich aber keinen buttfuck so'n scheiß das kommt nun du kriegst erst einen buttfuck wenn er dann angreifen möchte eben greift jemand an? ja aber hat nichts gebracht gut ja ne ja ist sehr spannend jetzt ja ja es fehlen noch 19 ich fahr gleich oben vor Spannung ja und jetzt kommt und jetzt kommt ein Swarty ein Swarty ein Swarty Sporty äh ja immer noch ein Swarty ein Swarty ein Swarty ne ha ich hasse Ratten Joghurt Joghurt ich hasse Joghurt besonders mit Erdbeeren mein Vater mein Vater hasse wirklich Joghurt und andere Molkereiprodukte cool vor allem den Käse kann er gar nicht ab so jetzt aber ja alle Milchprodukte halt ich brauch wieder die Fischköpfe ja fischlein 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 äh eine eine ganze Menge Spaß das glaubst du doch selber nicht das glaub ich dir doch keinen Weg ok das wär gewesen das wär deine Mutter gewesen aber sie ist auf dem Kompost hast euer dürth du 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 du... gut jetzt beim nächsten mal Luft Lange Schwert Okay. Schwert. No. Das hat aber... Achso, stimmt ja. Nein, hat es nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich hasse die Ratten aus Kasachstan. Nur weil die aus Kasachstan sind, du Rassist. Siehst nicht, wie braun die sind? Aber trotzdem bist du ein Rassist. Was ist das da oben? Kein Rassist. Gutes Agrament. Ei, ei, ei. Kano Dams. Ah, Mann. Ja, Aria, Krapsch. 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 Jawohl, hat gezählt. So. Hat nicht gezählt. Hat auch nicht gezählt. Alles klar. Haha. Ja, ja, ich weiß schon. Ah, was haben wir hier? Shotgun, B. Heavy Machine Gun. Yo. So, searchen wir noch ein bisschen. Ja, searchen wir. Ich hasse Ratten, verdammt. Ich mach' aus dir Ratatouille, ey. Ratatching, der Ratabum. So. So, mein. Nein. 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 Ach, ja. Na? Nein. Yay, Geld. Hurra. Wie viel Geld hab' ich? 6, 7. Alles klar. Davon kann ich mir ja schon fast ein Kaugummi leisten. Ja, die haben ziemlich teure Kaugummis dort. Ja, ja. 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 Hör auf auszuweichen, du Ratte. Ja, kannst du mal sehen, ich kann's nämlich auch, du. Ja, ja. Kann ich nicht, aber ich wollte auch mal angehen. So. Das könnte doch noch etwas dauern. Oh, Mann. Meinst? Es fehlen immer noch 18. Irgendwann solltest du denn... Ey, ich hab zuerst zugeschlagen, Freunde. So. Jetzt reicht's mir aber mal. Ah, ein Buttfuck. So. Sehr schön. Okay, 2 mach' ich noch. Dann war's das für diesen Part und im nächsten Part gibt's dann die restlichen 15. 1000. 100. Millionen. Triaden. Stück. Richtig. Ja. So. Düsenantrieb ausgefahren. Genau. Den hier kannst du auch eigentlich ziemlich leicht kontern. Ich weiß. Mein Schuss hat's mal aufgel... ...landest. Ich hab's natürlich nicht hingekriegt, ne? Ist klar. Egal. Einer haben wir. Alles dann. Los, noch einen und dann ist der Fisch erstmal rasiert. So. Kanu-Dumps. Oh, die kann ich nicht. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich weiß. Aber der akzeptiert's immer nicht. Du akzeptierst dich immer nicht. Genau dann, wo das Target-Teil an dir aufleuchtet, musst du halt schießen. Ja, ich weiß. Und das kannst du halt nicht. Also, das ist ja wohl eindeutig. Das ist eindeutig. Und? Nö. Was? Nicht? Nein. Lel. Ich glaube, die Dinger kann man gar nicht kontern. Vielleicht schon. Vielleicht muss es in der Schuss-Animation sein. Das heißt, dass du dich da quer angreifen musst. Gott. Dann muss man sich ja anstrengen. Das war aber. Eindeutig. Ja, das war. So, wir kriegen 30 Zennys und ein Buttfuck. So, Freunde. Im nächsten Part gibt's die letzten 15 Buttfucks. Dann werden wir uns ein Virus kaufen. Yay. Yay. Ist ziemlich strange, aber das werden wir tun. Diese Freude. Yay. Und dann werden wir auch in der Story weiter machen. Mit dem Plot weitermachen. Was? Mit dem Plot weitermachen. Genau. Aber das erst im nächsten Part, Freunde. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ein klinkt Mega Man. Let's search for some Buttfucks. Power hoch. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, ja, ciao.